... im Rahmen der Luftflachten über Russland noch gefogen haben. Die sind nämlich dortmals zu den russischen Fliegergruppen übergelaufen, beziehungsweise haben diese Unterschrift mit ihrem Regimenten noch an die Rünen. Ja, mehr Töne, mehr Rechte. Tja, liebe Gäste, es füllt sich. Ja, es füllt sich. Da geht die kleine Ficka 131 fast unter bei dem Sound dieser großzillindrigen Boliden. Hier eine sehr, sehr schöne Ficka 131 Jungmann. Und jetzt warten wir bei Weißer Flugwaffe. So, die Boliden besorgen die Boxengabe. Das heißt für Sie, wir können die Flugzeuge auch von hier betrachten.